So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Infofolge. Ich bin jetzt gerade heimgekommen. Ich habe nur Rumrennerei die ganze Zeit. Überall gestern auch kein Stream, sonst was. Hat eh keiner mitbekommen. Jetzt frühes Reigen hier zur Tür. Schnell Event hier, Infovideo aufnehmen. Gestern Abend wurde schon die Fashion Week angekündigt. Das momentane Event, das Stahl-Event, läuft ja glaube ich bis heute Abend 20 Uhr. Jetzt wissen wir schon, was im nächsten Event kommt bei der Fashion Week. Das wollen wir jetzt mal vorlesen. Es gibt wieder neue Shinies, neue Pokémon, neue andere Dinge. Manches aus Raids, manches aus Eiern, manches Wild, manches überall. Was sind die Highlights davon? Was sind meine Ziele? Das jetzt alles. Hier steht erstmal. Mit Garstella, Agrostella und neuen kostumierten Pokémon ist ein stylischer Auftritt bei der Fashion Week garantiert. Und Adi Schatz, jetzt nicht. Du machst wieder das Feld weg und dann sehe ich nichts mehr. Ihr habt hier ein super Bild, was halt einfach so zusammengeschossen ist. Hier ist ein Absol zu sehen, da ist Edictri zu sehen. Hier ist ein Toxikack, was einfach seine Mütze kaputt gemacht hat. Ramses ist übrigens auch Fashion Week mäßig unterwegs mit Mütze heute im Video. Und die 747, was ich nicht kenne, was wahrscheinlich Garstella ist. Ob das gut oder schlecht ist, kann ich euch nicht sagen. Dafür müsst ihr ein Schilling sein Video gucken. Und hier haben wir einen schönen Text dazu. Da steht nämlich, Garstella und einige Pokémon, die den neuesten Modetrends gefolgt sind, geben ihr Laufsteg-Debüt in Pokémon Go. Auch Käufwaff kehrt zurück und legt in seinen verschiedenen Formen einen schillernden Auftritt hin. Das ist sehr speziell, weil man konnte ja Käufwaff fangen, Formwandel durchführen öfters. Aber je nach Region, wo man gerade ist, hat das nochmal besondere Formen bekommen. Wird also ein richtig tolles Ziel sein, jede Käufwaff-Form als Shiny zu besitzen. Erst war das das Ziel, jede als Hunde da zu bekommen, dann als Shiny zu bekommen. Wird jetzt das Ziel sein und gefühlt sehen die alle aus wie Lakritz. Hunde aus Lakritz, die sind nämlich schwarz. Ich glaube, hier sieht man keine Bilder davon, aber es ging auch schon in Infografik rum in den diversen Gruppen. Das ist ein schwarzer Lakritz-Hund, so wie ich das wahrgenommen habe. So ähnlich wie Adi halt. Werft auch ein Auge auf wilde Pokémon. Pokémon aus Forschungsaufgaben, aus Eiern, ein paar echte Trendsetter sind da runder. Wie es sich für die Fashion Week gehört, gibt es auch im Shop neue Artikel. Das ist ja das Wichtigste, immer Geld ausgeben und alles kaufen. Bei ausgewählten Artikeln könnt ihr sogar ein Schnäppchen machen. Wie wäre es mit einem trendigen Partnerlog mit eurem Kumpel-Pokémon? Gibt es Raupi-Kostüme? Glaube ich nicht. Wir sind schon gespannt auf eure ausgefallenen Outfits. Das Ganze findet statt vom Dienstag, 27. September bis Montag, 3. Oktober. Sieht gar nicht so lange aus. Ist, na gut, gefühlt Dienstag bis Montag eine Woche. Also Dienstag, 27. September, 10 Uhr bis Montag, 3. Oktober, 20 Uhr. Fängt das immer 10 Uhr an und endet abends 20 Uhr an verschiedenen Tagen. Schreibt es euch in den Kalender. Ich habe es mir aufgeschrieben, damit ihr das nicht vergesst. Oder guckt halt ingame in meinem Heuletab nach. Ist gerade ein Event am Laufen. Was sind die Boniform-Event? Und wie lange läuft das Event noch? Sieht man ja alles. Pokémon-Debüts. Die Quälsternen-Pokémon Garstella und Agrosdella haben ihren ersten Auftritt in Pokémon Go. Kein Shiny-Symbol dran. Ist komplett neu. Kann wild sein, sage ich mal. Ja, sehe ich noch nicht. Aber gehe ich von aus. Nicht Shiny, aber trotzdem kann man ja mal mitnehmen. Kann man mal entwickeln. Ich brauche wieder ein Lucky. Ich brauche ein männliches, ein weibliches. Ich brauche ein Hunderter. Vielleicht sammelt ja wieder jemand Garstella und will die dann tauschen für Bonbons, für XL und für den Lucky-Eintrag. Neue kostümierte Pokémon erscheinen während des Events. Das sind alles Pokémon, die wir kennen. Die aber jetzt neu mit Kostüm kommen. Teilweise als Shiny. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man hier guckt. Dick da mit stylischem Look. Und Dickdry mit stylischem Look. So. Warum ist beim Dickdry kein Shiny-Symbol dran? Normalerweise müsstest du ja Dick da als Shiny, wenn du es fängst und entwickelst zu Dickdry, weil Dickdry auch da ist, ist es ja auch Schein. Eigentlich hätte er ja hier auch ein Shiny-Symbol dran sein müssen, weil du ja Dickdry zu Dickdry entwickeln kannst. Wäre es sinnlos, wenn du Dickdry fangen kannst, aber auch Dickdry in der Wildnis erscheinen. Die können aber nicht Shiny sein. Das andere kann aber Shiny sein. Und du kannst es auch nicht entwickeln. So machen die das aber sicherlich nicht, dass es nicht entwickelbar ist, du die Weiterentwicklung wild fangen musst, aber die nicht Shiny sein kann, während die Vorgänger-Version Shiny sein kann. Und wenn du es wirklich entwickeln kannst, dann hätte ich doch hier trotzdem auch ein Shiny-Symbol dran gemacht. Weil das ist doch auch dann als Shiny, ne, halt über eine Entwicklung, aber trotzdem Shiny eben. Dickdry gab es auf jeden Fall bis jetzt noch nicht mit Kostüm, ist dann das erste Mal da mit Kostüm, hier wieder mit diesem Hut. Absol mit stylischen Look. Bisher gab es noch kein Absol-Kostüm. Der stylische Look, der hier steht, ich sehe nichts. Seht ihr irgendeinen stylischen Look bei Absol? Entweder haben sie das auf dem Bild vergessen oder es ist drauf und ist so unscheinbar. Wie bei Ille Zeba mal hier diese Krawatte, nicht Krawatte, diese Fliege, was Ille Zeba anhatte, hat man auch kaum erkannt, weil es eh schon so einen Kragen hatte. So, Toxikack mit stylischem Look. Gab es ja bisher immer nur Glibungel mit Mütze, was man nicht entwickeln konnte. Jetzt kann man es wahrscheinlich dann entwickeln, müsste aber gleichzeitig heißen, dass eigentlich auch Toxikack shiny sein kann. Muss man aber aus dem Glibungel heraus entwickeln. Und Absol mit stylischem Look, sind wir mal gespannt, kann man auch gleich XL-Baumoms noch sammeln für Mega-Absol und so weiter. Kommen die jetzt aber alle wild, kommen die aus Eiern, kommen die aus Raids, kommen die sonst was, müssen wir uns angucken. Ich glaube, ich kann euch schon eine sehr positive Nachricht sagen, alles was hier neu ist, könnt ihr in der Wildnis fangen. Ihr müsstet also kein Geld dafür ausgeben, nicht für Eier, nicht für Raids, nicht für sonst was. Befristete Forschung. Eine befristete Forschung rund um die Fashion Week. Wenn ihr Aufgaben löst, erhaltet ihr hier Items und begegnet folgenden Event-Pokémon. Dicta, Absolkli, Bungel, Begegnungen bei Schnappschüssen. Vergesse ich irgendwie bei jedem Event. Wilde Pokémon, da ist nochmal aufgelistet, was wir hier sehen. Smetbo mit stylischem Look. Hat ja auch so eine Schleife auf dem Kopf, haben wir schon mal gehabt. Gab es schon, ist jetzt wieder zurück. Wer also in den letzten Fashion Weeks keins bekommen hat, kann sich jetzt nochmal eins nehmen. Gibt halt wirklich nur Smetbo. Es gibt kein Raupi, was ihr durchentwickelt. Es gibt nur Smetbo direkt so anders. Smetbo, Wildnis. Grammurx, Shiny, Wildnis. Schamjahn, Wildnis. Klippungel mit stylischem Look, Wildnis. Und zu Toxikak entwickeln. Elezeva mit stylischem Look. Seht ihr hier diese Halskrause? Gab es damals, konnte man nicht entwickeln. Danach, nach dem Event, war aber Elezeva ohne das Kostüm auch Shiny fangbar. Und ohne Kostüm konnte man es entwickeln. Das also mit Kostüm auch wieder zurück. Käufwaff, neu als Shiny. Und dann habt ihr hier natürlich noch Molly Morbuck, Wabbelweiblich, Gastella. Mit etwas Glück begegnet ihr auch Kirlia mit stylischem Look. Hat auch einen Zylinder auf. Absol mit stylischem Look, also auch in der Wildnis. Und Dicta mit stylischem Look. Wir sehen keinen Dictrie, wir sehen Dicta. Also entwickelbar. Das heißt, alle, die neu sind, sind hier da. Wir können Toxikak, wir können Absol, wir können Dictrie, wir haben Käufwaff. Alte Pokémon sind auch noch da. In den Raidkämpfen gibt es aber eins, was nicht in der Wildnis vorkommt. Raidkämpfer Stufe 1. Dicta, Scheinux, Glibunge, Zurukex, Käufwaff. Käufwaff würde ich nicht raiden an eurer Stelle. Würde ich versuchen, also Wild zu fangen. Das erste und dritte, auch Zurukex, kann nicht Shiny sein. Wer da noch ein gutes braucht für GBL, kann nochmal sein Glück versuchen. Aber das einzige, was im Einer Raid eigentlich wirklich interessant wäre für die Sammler, wäre Scheinux mit stylischem Look. Scheinux sieht als Shiny richtig cool aus, ist ja richtig goldig, hat schon sein Seaday gehabt. Aber als goldenes Scheinux mit Zylinder, mit Melone auf dem Kopf, müsstet ihr raiden. Wer beim letzten Mal auch keins bekommen hat, hat diesmal noch die Möglichkeit. Hierfür müsst ihr aber in den Einer Raid gehen. Das kriegt ihr nicht wild. Das ist exklusiv nur hier im Einer Raid versteckt. Gibt es jemanden, der Scheinux Raids macht? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich brauche es nicht mehr. Raidkämpfe Stufe 3 ist eigentlich auch nichts interessantes dabei, weil Smetbow gibt es wild, Kirli ja wild, Absol wild, Gastella wild. Bräuchtet ihr also nichts. Keine Dreier Raids würde ich nicht machen. Raidkämpfe der Stufe 5, Evil Tal. Evil Tal, richtig geniales Pokémon. Sieht richtig cool aus. Neu als Shiny, war noch nie als Shiny da. Ist dann neu als Shiny da. Die Leute werden alle ausrasten bei Evil Tal, glaube ich. Die Leute wollen Hunder da, die Leute wollen XL, die Leute wollen Shiny. Manche wollen einfach nur den Pokédex eintragen. Und Mega Schlappohr kommt zurück, falls da mal noch jemand Energie braucht. Ich freue mich auf Evil Tal auf jeden Fall. Ich werde da gemüsslich, gemüsslich, gemütlich in der Raid Mania gucken, ob ich das Shiny kriege. Ich habe nämlich schon meinen Hunderter auf Level 50. Ich brauche also eigentlich nichts. Das Shiny kommt vielleicht nebenbei in den Raid Manias. Mega Schlappohr brauche ich auch nichts. Und hier brauche ich auch nichts. Ich werde also meine täglichen freien Pässe für Evil Tal ausgeben. Und mich hier bei den wilden Pokémon auf die neuen Shinies konzentrieren, die da sind. Werde gucken wegen Gazdella. Es gibt natürlich auch Eier. In den Eiern ist auch ein Pokémon drin. Gut, ihr könnt Shinux auch aus dem Ei brüten. Ihr müsst also keine Raids machen. Statt 1 Euro für einen Raid könnt ihr auch 1 Euro für eine Brutmaschine ausgeben, so ungefähr. Können dann Shinux brüten, aber dann könnt ihr ja nicht gezielt auf Shinux gehen. Kann auch sein, ihr brütet und kriegt 10 Mal Dick da raus. Deswegen für Shiny-Suche eigentlich Raids auch sinnvoll. Kusilla ist hier auch drin. Kusilla gibt es aber nur aus Eiern. Also dafür müsstet ihr brüten, dafür müsstet ihr raiden oder brüten. Aber ansonsten brauche ich dann nichts. Pokémon bei Feldforschungen, da dürfte eigentlich auch nichts Interessantes drin sein. Evoli, Shiny, ja, wer noch nicht alle Shiny-Evoli-Entwicklungen hat, kann dazuschlagen. Ansonsten fast alles, wie hier auch ein neuer Avatar-Artikel. Ich bin jetzt nicht so Fan, mir immer das Neueste gleich reinzuziehen, anzuziehen. Also ich habe ein Kostüm, das halte ich meistens 10 Jahre, bis es doch mal in die Wäsche muss. Und dann ziehe ich da was anderes an. Wie im richtigen Leben eben. Und ja, was sind eure Highlights? Freut ihr euch auf die Fashion Week? Freut ihr euch auf das Event? Ich finde es cool, wieder ein neues Pokémon, dass man da wieder männlich-weiblich dann entwickelt, wenn man ich ist. Und dass er den Lucky Decks wieder zum Füllen hat. Ein bisschen neue Kostüme. Sind halt jetzt nicht ganz neue Shinies dabei, aber naja, Kostüme halt. Es gibt ja Leute, die hassen kostümierte Pokémon, aber der Hauptaugenmerk wird wohl dann sowieso bei Evil-Tar liegen. Was ist eure Meinung? Schreibt es rein. Wir sehen uns später heute Abend in der Raid Mania. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses und tschüss.